Füllkrug. Da kommt der Schuss. Wichtig, dass er da eingreift. Ja, sonst hätte es richtig gefährlich werden können. Er hechtet dahin, lässt nichts an. Super gemacht vom Torwart. Den Ball will er nicht hergeben. Klasse Pass. Da schießt er. Der ist drin und da war der Abwehrspieler noch dran. Was für ein Pech bei diesem Eichel. Leonardo Bittencourt. Füllkrug. Der Ausgleich, jetzt wird es hier spannend. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. Julian Korb. Der Reingabe kommt an den langen Pfosten. Kein guter Volley. Ja, hätte hier gerne das Tor gemacht. Sah auch zunächst gut aus. Aber dann fehlt einiges. Jetzt vielleicht der Vorstoß aber außen. Macht er das Tor? Wie macht er den denn rein? Dann kommt der Torhüter nicht dran. Der Ball geht flach in die Ecke. Da ist die Hereingabe. So, Spannung drin. In dieser Partie. Ausgleich. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Ich habe das noch mal Zeit. Wenn ich mich vor ihm Cookpapel versuche. So, wie war es ein Mal? Ich sehe die hier. In dieser Partie. Ich sehe mich ein bisschen mehr. Das kann ich euch. Ich sehe mich auf denippersten. Untertitelung des ZDF, 2020